Es ist Samstag Nachmittag, aber schauen Sie mal, wir wollten Sie mit diesen Bildern hier in die Sendung begrüßen. Bei klirrend kalten, minus 5 Grad und klar blauem Himmel steigt die Sonne als glutroter Feuerball am Horizont auf. Diesen Sonnenaufgang konnten vor allem Frühaufsteher am Kronzberg in Hannover genießen. Wollten wir Ihnen nicht vorenthalten, diese wunderschönen Bilder. Und damit herzlich willkommen zu Riesand. Wir bleiben mal noch beim Thema Wetter. So schön der Sonnenaufgang auch ist, der Frost und die Kälte sorgen eben auch für glätte und rutschige Verhältnisse auf den Straßen. Und wer immer noch keine Winterreifen aufgezogen hat, für den ist es jetzt wirklich höchste Zeit, denn der Winter kommt schneller, als man vielleicht denkt.